Hallo Leute, mein Name ist Max Verkaufsere und wird bei meinem Vlog kommen. Ich mache einen Vlog über mein Leben und Schule, aber warum mache ich ein Leben über mein Leben und Schule? Weil es muss. Ich mache diese Video, weil ich denke, dass Sie einen Blick auf mein Leben werfen können. Willkommen in meinem Zimmer. Hier schlafe ich und nehme ich Online Unterricht. Es ist wirklich nicht groß, wie Sie sehen können, aber es ist schön und gemütlich. Ihr könnt euch auch mal zu sehen, dass dies mein Zimmer ist und das nicht. Willkommen in der Dachboden, mein Lieblingssimmer. Es ist eigentlich ziemlich ein kleiner Raum, aber wir haben es trotzdem geschafft, ein Tier an einem Fernsehen zu hängen. Wir haben hier auch 3 Spielkonsole, die wir häufig verwenden. Das Nintendo Wii, eine sehr alte Konsole, die ich mit meinen Freunden benutzen. Der Nintendo Switch ist nicht stark, aber super schön, weil diese Konsole auf eine Reise mitnehmen können. Und schließlich die Playstation 5, die leistungsstarkste Konsole, die wir haben. Auch eindeutig die größte. PS5 ist sehr, sehr groß. Was ist das Haus, in dem ich wohne? Ja, sehr groß. In meiner Nähe gibt es einen Spielplatz. Ja, das ist nicht ein Ort, in dem ich mein Kind verlassen werde. Ich weiß und freue mich auch nicht, dass dies ein schöner Spielplatz ist. Es gibt wirklich nicht so viel zu tun. Aber zum Glück haben wir den Lange Jan, eine sehr größte. Das ist doch nicht normal, ja. Es ist auch 90 Messe lang und damit das längste Gebäude von Bochere. In der Nähe haben wir auch eine Kanone. Ich weiß nicht warum, aber natürlich. Wir haben auch sehr viel Wasser. Wenn ich sehr viel Wasser sagte, dann meinte ich das echt. Das ist unglaublich, so viel Wasser. Das ist der Rathaus von Middelburg. Ein sehr schön Gebäude. Das ist sehr für die Katze. Ja, das ist nicht mein Katze. Hallo? Okay. Wir werden jetzt weiter zur Schule gehen. Denn welchen Vächer habe ich gewählt? Überraschung. Deutsch. Ja. Neben Deutsch habe ich natürlich auch Niederlandisch und Englisch. Aber das ist logisch. Aber habe ich auch natürlich Chemie, Physik, Mathematik B, Natur, Leben und Technik und Geologie. Sehr schöne Fachchen. Ich bin sehr zufrieden über den Ball, den ich gemacht habe und meine Schule. Ich habe sehr viele Freunde und die Lehrer sind sehr schön. Sehr, sehr schön. Neben der Schule habe ich auch einen Nebenjob bei Domino's Pizza Middelburg. Ich arbeite sehr gerne, weil ich sehr Pizzas liefere mit dem Fahrrad und auch in meiner Freizeit sehr gerne Fahrrad. Nun, das war wieder mein Video für diesen Tage. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, vergesst sie nicht, diese Video zu bewerten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.